Leute, sagt mal, seid ihr auch auf der Suche nach Tipps und Tricks rund ums Thema Elektromobilität? Ich fahre ja super viel Elektroauto und da gibt es an der einen oder anderen Stelle sehr viel Aufklärungsbedarf. Zum Beispiel, wie lade ich ein Elektroauto richtig, was muss ich beachten und was ist eigentlich ein One-Pedal-Driving? Oder kann man defekte Akkus bei einem E-Auto einfach so tauschen? Klingt alles kompliziert, ist es aber gar nicht. Mein Tipp für euch, schaut mal beim YouTube-Kanal Elektrip Powered by EON Drive vorbei. Da gibt es super informative und unterhaltsame Videos, die euch alles rund ums Thema E-Mobilität erklären. Den Link dazu findet ihr in diesem Video.